Hallo Leute, ich bin zu eurer Mester und heute wollte ich euch zeigen, wie ihr eine Mini-Flocken bekommen könnt. Und dafür braucht ihr Wasser, einen Klammer, so viele, viele drin. Süß, oder? Und jetzt fangen wir auch mal an, da sollte, das spüren wir jetzt. Nicht nass, sondern feucht. So. So, jetzt nehmt ihr das. Nehmt euch eine raus. Ich nehme erstens die. Ich hole das für die Klammern raus. So, jetzt fangen wir auch schon mal an. Erstens braucht ihr das, um das zu wegzuklammern. Und das macht ihr so. So. Damit ihr nicht stört. Und erstens macht ihr so, damit ihr alles wegklammern könnt. 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 So, jetzt. Ey, warum das so? Ist das jetzt auf den Boden gefallen? Warte. Ohne Leute, ich nicht, dass ich so gemacht habe, weil das war unten. So, jetzt nehmt ihr noch ein Stück, ein Stück, ein Stück, nehmt ihr da, schön, und. So. So. Jetzt ist es für dich, guck. Na gut, jetzt fangen wir auch schon mal an. Und jetzt, ihr nehmt das, dreht das. Und jetzt, so macht ihr es. Oder ihr könnt auch keine kleine Zöpfchen machen, aber ich mach's so. Oder warum hab ich das so hinten getan? Oder ihr braucht nicht klammern, wegklammern. Ihr könnt es auch immer so machen, aber ihr müsst denken, dass es lange dauert. Scheiße. Kann ich nicht mehr raus tun. So. So. Guck. Und jetzt tut ihr hinten. Oder irgendwo, was ihr wollt, wo ihr wollt. Ja. Ich mach besser zwei Stück, sonst will ich. Sonst hab ich lockige Haare. Und ich... Weil ich bin erst mit... Locken geboren. Ob ein... Wellen locken, wenn nicht geboren, nicht so richtige Mini-Locken. So. Ich mach einen lieber zwei, damit es mir steht. Weil hinten ist... Na gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen hoch. Und falls nein, kann ich auch nichts ändern. Und bis dann. Und kommt... Abonniert mich. Schreibt in die Kommentare. Und ich werd mich... Ich würd mich doch... Sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, dass ich ein neues Video machen würde. Und dann tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020